Zwei Schälchen, Wasser, schwarzen Pfeffer und Spüli oder Seife. Durch den Coronavirus ist es ganz, ganz wichtig, sich die Hände zu waschen. Deshalb haben wir heute ein kleines Experiment vorbereitet, um euch zu zeigen, wie wichtig es ist, Seife zu benutzen. Wir machen jetzt Pfeffer in die Schälchen. Jetzt gehen wir mit einem Finger in das Schälchen, in den Pfeffer rein und sehen, überall ist Pfeffer. Der Pfeffer, das sind die Bakterien. Was passiert denn, wenn ich jetzt Seife oder Spüli benutze? So, machen wir mal an den anderen Finger, Seife oder Spüli drauf und gehen dann in das andere Schälchen. Jetzt sieht man, dass da kein Pfeffer dran ist. Durch die Seife gehen die Bakterien oder der Pfeffer weg. Was ihr auch ausprobieren könnt, ihr könnt einfach Seife oder Spüli so mal in die Schüssel kippen und gucken, was dann passiert. Der Pfeffer verteilt sich und geht da, wo die Seife ist, geht er weg. Weil die Bakterien, in diesem Fall der Pfeffer, die mögen keine Seife. Viel Spaß beim Nachmachen! Tschüss! 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 Vielen Dank.